Druckluft ist die teuerste Energieform in der Fabrikautomation. Energieeffizienz und Transparenz kommt deshalb eine zunehmend bedeutende Rolle zu. Luftleckagen beginnen geräuschlos. Erst wenn sie sich ausbreiten, werden sie deutlich hörbar. Deshalb bleiben Leckagen in Fabriken meist unbemerkt, bis schließlich Verluste im Wert mehrerer tausend Euro auftreten. In unserer neuesten Fabrik in Hochdorf-Freiburg haben wir die Smart Compressed Air Solution von SICK installiert, um Verbesserungspotenziale in unserem Druckluftsystem zu identifizieren. Der Druckluftsensor FTMG von SICK erfasst Daten, die für das Erkennen von Trends und Verbesserungspotenzialen in Druckluftsystemen geeignet sind. Aber wie kann es gelingen, bei all den Sensoren und Daten den Überblick zu behalten? Schritt 1. Detektion und Aufzeichnung von Druck-, Durchfluss- und Temperaturdaten durch den Sensor FTMG. Zusätzliche Sensoren sind dafür nicht notwendig. Schritt 2. Zusammenführung der Datenpunkte und Übertragung in die Cloud mit den smarten Gateways von SICK. Schritt 3. Intelligente Verarbeitung der Druckluftdaten, um neue und nützliche Informationen zu gewinnen. Die Hauptvorteile der Smart Compressed Air Solution von SICK sind Kosteneinsparungen durch Identifikation von übermäßigen Verbräuchen und Ineffizienzen in Druckluftsystemen, Produktionseffizienz durch kontinuierliches und dezentralisiertes Monitoring, grüne Produktion durch Reduzierung des Energieverbrauchs, verringerter Serviceaufwand durch Umstellung auf bedarfsgerechte Serviceeinsätze. Der Digital Service ist auf beliebigen Geräten mit Webbrowser abrufbar, ohne Installation von Software und ohne komplexe Konfiguration. Das Dashboard der Smart Compressed Air Solution zeigt nicht nur die Daten des Sensors an, sondern verknüpft sie mit Analyseergebnissen, um die Informationen leicht verständlich und interpretierbar zur Verfügung zu stellen. Selbst in unserer Fabrik mit jährlichen Druckluftinspektionen haben wir Möglichkeiten zum Reduzieren von Druckluftverlusten identifiziert. Die Smart Compressed Air Solution von SICK mit FTMG-Sensor, Gateway und Digital Service unterstützt Sie bei der Optimierung und Instandhaltung Ihrer Druckluftsysteme. Kosteneinsparungen von bis zu 30% bei Druckluft. So einfach wie nie zuvor.